Hi, ich bin Robert, ein digitaler Assistent bei OpenStream in Zürich. In diesem Video geht es um die Optimierung von Kontaktseiten. Die meisten Webseiten haben eine Kontaktseite, um den Webseitenbenutzern eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Doch hinter einer Kontaktseite steckt mehr als nur ein Kontaktformular. Verschiedene Elemente spielen eine Rolle, lokale SEO ist hier ein Thema und die Benutzerfreundlichkeit kann verbessert werden. Wichtig ist aber vorab zu bestimmen, was mit der Kontaktseite erreicht werden soll. Ist diese zur generellen Kontaktaufnahme bestimmt oder soll sie dazu dienen, ein Produkt zu verkaufen bzw. eine Dienstleistung zu vermitteln? Je nach Zweck definieren sich dann die Angaben auf der Seite bzw. die Gestaltung. Je nach Geschäftsgröße kann die Seite unterschiedlich gestaltet werden. Es kann beispielsweise nur ein Kontaktformular verwendet werden, wie bei kleineren Firmen üblich. Bei größeren Unternehmen gibt es meist verschiedene Teams und Mitarbeiter, die dann mit der entsprechenden E-Mail-Adresse oder Telefonnummer auf der Seite dargestellt werden. Hat ein Unternehmen zudem noch verschiedene Standorte, ist es ratsam, diese ebenfalls aufzulisten. Für die Erstellung einer Kontaktpage ist es also wichtig zu wissen, wer die Website-Benutzer sind und mit wem diese kommunizieren wollen. Der Hasch reicht ein einfaches Formular aus oder bedarf es detaillierterer Informationen. Auf jeden Fall sollten die wichtigsten Angaben immer vorhanden sein. Adresse des Unternehmens Telefonnummer der Firma bzw. des konkreten Ansprechpartners, z.B. Verkaufsleiter E-Mail-Adresse oder Kontaktformular Optional kann die Erreichbarkeit mit angegeben werden, z.B. Öffnungszeiten. Aus technischer Sicht ist es wichtig, auch den Suchmaschinen beim Verstehen der Seite zu helfen. Hier kommen die sogenannten strukturierten Daten ins Spiel. Aber keine Angst, mit Tools wie WordPress können diese ohne Programmierkenntnisse hinterlegt werden. Diese werden für die Suchmaschinen als Seitentyp Kontaktseite hinterlegt und somit wurde sogleich auch das SEO der Webseite verbessert. Eine weitere wichtige Frage ist, wo die Kontaktmöglichkeit auf der Webseite platziert wird. Die Kontaktaufnahme ist für viele Nutzer sowie Businessbetreiber essentiell. Daher sollte die Möglichkeit der Kontaktaufnahme sofort für den Benutzer sichtbar sein. Einige Unternehmen haben die Telefonnummer ganz oben rechts auf der Webseite integriert und garantieren so eine schnelle Kontaktaufnahme. Die meisten Firmen haben allerdings eine Kontaktseite in der Menüleiste, was aus SEO-Sicht ebenfalls sehr gut ist. Wird die Seite genutzt, damit der Besucher der Webseite generelle Fragen stellen kann, dann reicht ein Kontaktformular, die E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer aus. Hier ist eine Reinigungsfirma ein gutes Beispiel. Jemand sucht eine Putzkraft, kommt auf das Kontaktformular der Firma und kann sich per E-Mail oder Telefon über das Angebot informieren. Möchte ein Unternehmen beispielsweise die Kontaktseite für Anfragen von Angeboten nutzen, so wird das Kontaktformular um entsprechende Felder erweitert. Es werden dann spezifische Angaben abgefragt. Hier ist OpenStream ein gutes Beispiel. Wir bieten verschiedene Dienstleistungen an, die im Kontaktformular vorausgewählt werden können. Möchte dann zum Beispiel jemand einen Online-Shop erstellt haben, wählt dieser diese Option aus und kann anschließend die Anforderungen in Stichworten mitteilen. Im Business-to-Business-Bereich wird die Kontaktseite hauptsächlich zum Verkauf von Produkten und Dienstleistungen genutzt. Auch hier sind die oben aufgelisteten Angaben erforderlich. Oft gibt es auf diesen Seiten aber zusätzlich noch Verlinkungen auf bestimmte Produkte oder Services. Es können verschiedene Elemente zur Kontaktseite hinzugefügt werden, die dem Benutzer die Kontaktaufnahme erleichtern. Beispielsweise können Bilder vom Geschäftsführer oder Ladenlokal hinzugefügt werden. Dadurch erhält die Seite einen persönlichen Touch, was heutzutage vielen immer wichtiger wird. So kann der Kunde auch schnell sehen, ob die Chemie stimmt, was am Ende zu einer Zeitersparnis führt. Handelt es sich um eine Webseite, die einen lokalen Store bzw. ein Ladenlokal betreibt, sollte eine Kartenansicht, zum Beispiel Google Maps, auf der Seite integriert werden. So kann der Besucher sofort erkennen, ob sich das Geschäft in der Nähe befindet und wie man am besten zum Standort findet. Mit diesem Element unterstützt der Webseitenbetreiber zudem auch lokale SEO. Ein weiteres Element ist der sogenannte Call-to-Action-Button, wie zum Beispiel jetzt anrufen oder E-Mail schreiben. Dieser ist im Grunde für jede Kontaktseite geeignet. All diese Elemente helfen dem Nutzer dabei schneller mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten. Wir hoffen, diese Informationen waren hilfreich und danken für die Aufmerksamkeit. Viel Erfolg beim Erstellen oder Optimieren deiner Kontaktseite. Bei Fragen oder Anmerkungen einfach einen Kommentar unter dem Video hinterlassen. Wie hat es dir für jeden Of件 in der Nähe befindet? Nunからdream. In Pierwart 6 kalo sized älten.